Musik Eine Landesgartenschau in Bad Schallerbach, das wäre doch etwas, dachten sich Bürgermeister Gerhard Baumgartner und Eurozermengeschäftsführer Markus Achleitner. Nach Bad Hall und Vöcklerbruck bewirbt sich der führende Gesundheitsort im Herzen Oberösterreichs zur Durchführung der Botaniker im 20 Hektar großen Kurpark des Eurozermen-Ressorts. Es passt einfach das Thema Garten, Park, aber auch Natur, Wellness, Gesundheit zu Bad Schallerbach. Und die Grundlage für die Bewerbung war natürlich der Bad Schallerbacher Kurpark mit all seinen Qualitäten, die er jetzt schon hat. Und mit der Landesgartenschau kann man zusätzliche Attraktionen einbauen. Für Familien, für Wanderer, für Spaziergänger, für die, die sich erholen wollen, bis zu einem Teich, wo man dann sitzen kann. Und die Chance, das alles umsetzen können, das war das Motiv für die Durchführung einer Landesgartenschau. Als Thema für die Botaniker 2009 haben sich die Verantwortlichen Garten, Gesundheit, Wasser einfallen lassen. Ein Motto, das für die Veranstaltungsgemeinde naturgemäß ein Heimspiel bedeutet. Genau so ist es. Das Wasserspiel für Bad Schallerbach wirklich eine wichtige Rolle und das ist schon seit 1918. Und bei der Gartenschau wollen wir genau diese Kombination herstellen. Das heißt, wir haben unsere Planer beim Briefing geauftragt, dass wir vor allem diesen traumhaften Landschaftspark kombinieren mit dem Wasser. Es wird eine Wechselfluraktie geben, wo wir drei verschiedene Wasserattraktionen nacheinander erlebbar machen. Und das mündet in dem Quellgarten, wie könnte es anders sein mit dem Schwefel Thermalwasser in Bad Schallerbach, das eigentlich den Grundstein für die touristische Arbeit hier in Bad Schallerbach legt. Den Planern wird dabei einiges abverlangt. Rund 3500 Stunden werden sie mit der Gestaltung der Botaniker bis Ende 2008 beschäftigt sein. Die Highlights auf der Landesgartenschau werden sicherlich einmal diese große Wechselflurachse sein, die gleich zu Beginn inszeniert wird. Das ist also mit Wasser und Blüten. Also dieses Wechselspiel wird da ein erster großer Höhepunkt sein und geht dann weiter Richtung Westen, wo wir dann die große Geländeskultur haben, mit dem weiteren Blütenhöhepunkt, der dann im Seerosenteich mündet. Dieses Konzept überzeugt sich das Land Oberösterreich als ersten Financier. Wir freuen uns schon, wenn in zwei Jahren Bad Schallerbach das blühende Oberösterreich repräsentiert und der Botschafter unseres Landes weit über die Grenzen hinaus sein wird. Wir wissen, dass Bad Schallerbach schon heute sich intensiv darauf vorbereitet und haben auch großes Vertrauen in das Organisationsteam. Bürgermeister Baumgartner, Markus Achleitner sind uns die Garanten dafür, dass die Botaniker ein Erfolg wird. Bad Schallerbach hat natürlich den Vorteil eines großen Kurparks und Bad Schallerbach hat natürlich auch mit der Therme einen Anziehungspunkt bereits geschaffen, der Erfolgsgarant ist. Und so erfolgte der Startschuss für die Botaniker Ende Oktober 2007. Drei, zwei, eins, los! Doch bis zur Eröffnung im April 2009 gibt es noch einiges zu tun. Begonnen wurde im Oktober 2007 mit den Landschaftsbauarbeiten. 25.000 Kubikmeter Erde wurden dazu bewegt. Als eine der ersten Maßnahmen stach den Besuchern eine riesige Erdpyramide ins Auge, die aus dem Erdaushub des neuen Teiches und anderen Erdverschiebungen modelliert wurde. Als einer der ersten Themengärten wurde der Meditationsgarten bereits in Angriff genommen, in dessen Zentrum eine von Graswellen umgebene riesige Weidenkuppel entsteht. Ab Anfang Mai waren die Gärtner besonders gefordert, als es hieß, rund 18.000 Gehölz- und Staudenpflanzen im gesamten Gartenschau-Bereich anzupflanzen, damit sie nach einjähriger Anwachszeit pünktlich zur Botaniker in voller Blütenpracht stehen. Nicht nur ausgesprochene Gartenfans werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Das Blumenparadies wird ein Fest für alt und jung. Für die Kleinsten unter den Besuchern haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen. Das Ganze fängt an mit einem ganz tollen Kinderbauernhof. Das ist eine wirkliche Besonderheit. Mit Sicherheit für Kinder und Familien, den größten Anziehungspunkt wird der weltgrößte Gartenzwerg darstellen. Ein beeindruckender Ausblick wird sich den Besuchern von der großen Aussichtsplattform bieten. Von hier aus überblickt man das gesamte Areal mit seinen Blütenmeer. Ansbert. Nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung. Letzte Vorbereitungen werden getroffen, die letzten Blumen gepflanzt, 120.000 Quadratmeter Rasenfläche müssen gepflegt werden und so weiter. Nun sind alle helfenden Hände herzlich willkommen. Es wird alles rechtzeitig fertig, aber es wird wie immer in einer Endphase an allen Ecken und Enden gearbeitet. Es wird alles auf Hochglanz gebracht, weil schließlich findet ja die Gartenschau im gesamten Ort Bad Schallerbach statt. Es gibt das wunderbare Parkgelände, es gibt die Veranstaltungsbereiche im Atrium und auch im Ortszentrum, wo es einen blühenden Rundgang durch den Ort geben wird. Alles geht sich aus. Es wird auch auf Hochdruck gearbeitet, wie man sieht im Hintergrund, aber wir sind guter Dinge, dass es klappt. Hat noch immer alles geklappt, das Wetter spielt auch mit. Und wir freuen uns sehr, dass wir vor allem für die Kinder tolle Sachen bieten können. Wir haben den Kinderbauernhof im Hintergrund, wo fleißig die letzten Arbeiten gemacht werden. Wir haben den weltgrößten Gartenzwerg. Es wird wirklich eine Gartenschau, wo die Kinder zum Papa sagen, bitte fahren wir auf die Gartenschau. Und das ist etwas Tolles. Wir freuen uns alle darauf, dass es jetzt endlich losgeht. Es wird knapp, aber wir arbeiten fast rund um die Uhr bereits. Wir sind heute am Gelände an die 200 Personen beschäftigt. Wir sind gerade dabei, noch den Feinbelag auf den Wegen aufzubringen, die Fahnen aufzuhängen, das Gelände wirklich herauszuputzen. Es werden, Sie sehen es im Hintergrund, auch die Beete noch so hergerichtet, dass sie in voller Pracht erblühen werden. Wir haben das Besucherlenkungssystem noch zu installieren. Das heißt, die ganzen Wegweiser, die Schilder, damit sich die Besucher im Gelände gut zurechtfinden. Und wir freuen uns schon auf die Eröffnung der Landesgartenschau. Nun ist es geschafft. Die Landesgartenschau Bozanica 2009 in Bad Schallabach kann beginnen.